Mein Name ist Markus Falk. Ich bin Biostatistiker an der EURAG. Südtirol hat an diesem Wochenende die einmalige Chance, die Infektionswelle zu brechen. Das setzt natürlich voraus, dass die Teilnahme zahlreich ist. Aber noch viel wichtiger wird es sein, dass man in der nächsten Woche weiterhin vorsichtig bleibt, damit diese Massentestung dann auch erfolgreich ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, einen guten Test und vor allem ein gutes Testergebnis.